hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute habe ich meine neu zugänge aus dem monat mai für euch das erste kennt ihr tatsächlich auch schon weil ich letztens ein unboxing zur buchbox gemacht habe ich kann euch das buch jetzt leider nicht in die kamera halten weil ich am wochenende in stuttgart habe liegen lassen ich kann euch aber die karte zeigen die in der buchbox drin war und da ist nämlich auch das cover drauf zu sehen du bist mein lieblingsmensch was wäre wenn ich spreche natürlich von could it be love von meiner allerliebsten lea kaip das erscheint im hause one und ich habe wie es vielleicht auch schon gesehen habt die buchbox dazu bekommen vom von verlag da oben blende ich euch noch mal auf dem i das unboxing dazu ein und jetzt erzähle ich euch natürlich noch um was es in dem buch überhaupt geht die 17 jährige bonnie war schon oft verliebt und sie stellt sich immer wieder die frage wie ihr leben wohl ausgesehen hätte wenn sie mit ihren crush zusammen gekommen wäre aber leider traut sie sich nicht einmal jemanden anzusprechen denn bonnie ist viel zu schüchtern leichter fällt es ihr für jede unerfüllte liebe eine playlist zu erstellen um sich an ihre gefühle zu erinnern doch als sie beim hören ihrer songs plötzlich in eine alternativwelt geschleudert wird und ihrer erst sommer liebe gegenüber steht ändert sich schlagartig alles denn es bleibt nicht bei einem einzigen welten sprung und dann ist da auch noch die geheimnisvolle die bonnies herz schneller schlagen lässt das nächste buch ist gerade heute morgen hier angekommen bzw war ich heute morgen auf der post abholen weil es dort noch als geisel gelegen hat irgendwie komme ich momentan immer von der arbeit und habe etwas im briefkasten das ungefähr so zehn minuten bevor ich heimgekommen bin abgegeben werden sollte ja bei dem nächsten buch ist auch irgendwas schief gelaufen ich habe es nämlich zweimal im briefkasten hat also ich war heute morgen zwei waren sendungen auf der post abholen oder heute mittag und habe zweimal das buch hier in der post gehabt also da muss ich auf jeden fall mal mit harvard collins reden was da schief gelaufen ist vermutlich werden sie sowieso sagen ich soll eins einfach verschenken verlosen etc und da ich gerade mein vierjähriges bookstagram jubiläum gefeiert habe bzw da noch gar kein gewinnspiel zugemacht habe wäre das zum beispiel jetzt noch ein sehr guter zusatzpreis die erste auflage hier hat natürlich auch wieder einen farbschnitt wie soll es auch anders sein aktuell hat gefühlt jedes buch einen farbschnitt und ungelogen von meinen 1 2 3 4 5 6 neu zu gängen im april hat tatsächlich nur ein einziges buch keinen farbschnitt also irgendwie ist es momentan auch nichts besonderes mehr habe ich so das gefühl aber ja warum soll es nicht gehen soll nämlich um liebe und andere verzögerungen gehen drei geschichten die das warten verkürzen also sind drei geschichten quasi in einem buch drin und da maler ich am ersten juni verreisen werden und dieses buch auch ein bisschen das thema reisen mit aufgreift werde ich wohl dazu datieren es mit in urlaub zu nehmen flugzeuge im bauch ollie wright liebt es riesigen einzugehen nur in der liebe nicht ein blick auf den süßen fremden ist für sie schon romantisch verwicklung genug ihre zufällige begegnung mit jenem fremden bennett baker stürzt die beiden allerdings in einen wirbelwind aus flughafendates und nächtlichen sms das ist geschichte 1 als fremde verbringen jia und felix den perfekten silvesterabend am flughafen schockiert stellen sie später fest dass sie als kollegen zusammenarbeiten müssen obwohl felix die forschungsarbeit von jia infrage stellt ihre quirlige und extrovertierte art beginnt felix und seine ordnung in den wahnsinn zu treiben geschichte 2 tigen und silas haben oder seiles haben eine woche zeit um einen verlorenen liebesbrief zurückzugeben den sie am flughafen gefunden haben und dazu den mut aufzubringen sich ihre tiefen gefühle zu gestehen vor tigen für eine weltreise das land verlässt geschichte 3 das nächste buch das diesen monat hier einziehen durfte stand auch schon ganz ganz lange auf meiner wunschliste ich muss es glaube ich auch noch von meiner video wunschliste runternehmen weil ich sage glaube ich immer noch als ich möchte es haben drin stehen habe ich spreche von weil ich an ich glaube von rebecca yaros und wer meinen kanal etwas verfolgt der weiß dass ein buch von rebecca yaros beziehungsweise zwei bücher eigentlich letztes jahr mein jahres highlight waren also ich habe ja zwischen iron flame nein zwischen fourth wing und zwischen the things i leave unfinished geschwankt das eine ist ein fantasy epos von ihr das andere ist ein ja roman mit zwei zeitsträngen der auch im weltkrieg spielt und einfach super super ans herz geht hier ist dann wieder ein komplett anderes thema also rebecca yaros ist absolut wandelbar und gefühlt in jedem genre zu hause also bin schon sehr sehr gespannt eine freundin von mir hat das buch schon gelesen hat sagt lies ist und dank mir später also ich bin schon sehr gespannt und wie gesagt auch hier der name als buchsschnitt was ich auch noch nie so gesehen habe dann hier geht einfach das cover quasi mit diesem landschaftssetting weiter und hier unten eben die wellen wie weit gehst du für diejenigen die du liebst zwei dinge hat campton daniels für seine rückkehr in seiner heimatstadt elba in colorado vorgenommen er wird seinen kranken vater die medizinische behandlung ermöglichen die sie sich wünscht und er wird seine kindheitsliebe willow auf abstand halten die frau die er schon immer geliebt hat die er aufgrund der vergangenheit aber nicht lieben darf willow ist allerdings ganz und gar nicht gewillt sich von campton fernzuhalten als die beiden sich unwillkürlich nahe kommen und willow sich in aller öffentlichkeit bedingungslos hinter campton stellt könnte das jedoch alles zerstören was ihnen wichtig ist als nächstes durfte ein buch hier einziehen das ein komplett anderes setting hat als alles was ich glaube ich bisher gelesen habe also ich glaube nicht dass ich jemals ein buch mit themen wie archäologie und dschungel und regenwald hatte aber ja das hier durfte bei mir anziehen riders of the lost heart es ist so ein bisschen indiana jones mit levercroft mit booktok bookbubble bookstagram i don't know es ist auf jeden fall von ellie hazlewood angepriesen worden genau wie das hier auch komischerweise also da hat auch ellie hazlewood ihren senf dazugegeben ich habe ja tatsächlich auch von hellie hazle wird noch nichts gelesen aber anscheinend ist ihre meinung sehr viel wert und sehr vielen leuten viel wert ich bin schon sehr gespannt der klappentext klingt auf jeden fall schon sehr unterhaltsam und auch hier ein buchsschnitt wenn auch einfach nur ein einfarbiger also jetzt kein print oder kein anders wobei ich das hier zum beispiel dieses symbol als als buchsschnitt auch ganz cool gefunden hätte oder irgendwas dschungel mäßiges warum der verlag das nicht gemacht hat weiß ich nicht aber man kann sich ja auch mal mit so was zufrieden beziehungsweise hätte im endeffekt ja auch gar keinen buchsschnitt gebraucht archäologin doktor socorro mechia genannt kori kann es nicht glauben sie fliegt zu einer ausgrabung in den mexikanischen dschungel von der sie schon ihr leben lang träumt es gibt nur einen haken und der heißt fort matthews denn nicht kori sondern ihr erzrival leitet die expedition dabei kommt erschwerend hinzu dass es zwischen kori und dem unverschämt attraktiven archäologen vor jahren beinahe zu einem kurs gekommen wäre im camp geraten die beiden immer wieder einander denn kori ist sich sicher sie graben an der falschen stelle um das zu beweisen muss sie mit fort auf eine erkundungstour gehen zu zweit in einem zelt in der hitze des dschungels kann das gut gehen als ich letztens auf dem rückweg von stuttgart war habe ich noch bei klobus und ein halt gemacht und irgendwie bin ich wenn ich bei klobus bin ausnahmsweise mal immer versucht noch in der buchabteilung halt zu machen und komischerweise landet ständig ein buch bei mir in meinem einkaufswagen dieses mal durfte divine rivals mit weil ich gesehen habe dass es hier einfach noch mit dem wunder wunder wunderschönen buch mit gibt ich weiß ich sage immer ich brauchen eigentlich nicht aber wenn es dann einen hat dann finde ich ja doch auch nicht so schlimm der band 2 wird jetzt im juni erscheinen ruthless rose heißt er glaube ich wenn ich das richtig weiß und den habe ich auch tatsächlich schon vorbestellt dementsprechend werden dann beide mit buchsschnitt in meinem regal stehen für meine zwänge auch wenn ich mein einzig gelesen habe hauptsache band 2 ist auch schon bestellt ich habe es bei meinem letzten video gesagt vielleicht warte ich einfach mal bis ich das hier gelesen habe aber nein ich habe es bestellt weil ich einfach ein monk bin ich kann es nicht anders sagen meine inneren zwänge sind stärker als mein fleisch nichtsdestotrotz freue ich mich dennoch auf dieses buch weil die thematik mich sehr sehr angesprochen hat und weil es einfach eine schreib und buch thematik ist und ich sehr gerne bücher diesbezüglich lese sei es jetzt von meiner von meinem autoren ich sei es von meinem blogger ich aber ja ich freue mich wirklich schon arg auf die geschichte jahrhundertelang schliefen die götter von cambria doch als sie plötzlich erwachen beginnt ein erbarmungsloser krieg zwischen ihnen der das leben der 18 jährigen iris wino schlagartig verändert alles was iris will ist ihre familie zusammenzuhalten aber das scheint unmöglich seit ihr bruder forest an der front vermisst wird und ihre mutter ihren kummer in alkohol ertränkt verzweifelt schreibt sie briefe an forest die jedoch in ihrem kleiderschrank verschwinden ihre einzige chance ihre mutter und sich über wasser zu halten ist die beförderung zur kolumnisten bei der oath gazette die konkurrenz bei der zeitung ist allerdings hart denn auch der arrogante roman kit hat es auf die begehrte stelle abgesehen obwohl sich ihnen ein erbitterter webkampf entsteht fühlt sich iris auf unerklärliche weise zu ihrem gut aussehenden rivalen hingezogen denn was sie nicht weiß durch eine magische verbindung ihrer schreibmaschinen erhält roman die briefe die eigentlich für ihren bruder bestimmt waren während roman ihr anonym zurückschreibt und mit seinen wunderschönen worten iris herz tief berührt rückt der krieg unweigerlich näher und droht die balken schon bald zu entzweien und dann haben wir last but not least noch ein buch das hier angekommen ist das einzige ohne farbschnitt aber den braucht es tatsächlich auch gar nicht ich bin allerdings auf überlegen ob ich mir die sonderausgaben von der bücherbüchse noch holen soll ich habe das buch als rezensionsexemplar vom verlag bekommen weil ich teil der kiss crew bin aber ich finde die bücher büchse farbschnitte richtig schön es macht gar keinen sinn also so wirklich gar nicht wenn man beide bücher einer reihe schon hier hat dann noch mal welche zu kaufen mit buchschnitt aber ja wie gesagt mein innerer zwang ist manchmal sehr sehr stark und jetzt zeige ich euch auch von welchem buch ich spreche nämlich von actually yours und ich nehme das jetzt mal dem lesemonat voraus ich habe die reihe sehr sehr geliebt ich bin ein großer tessa bailey fan auch wenn ihre spice szenen manchmal so bisschen drüber sind aber ich mag ihren schreibstil unheimlich gerne ich mag es wie sie die charaktere darstellt wie sie oder wie sie die charaktere erschaffen hat ich mag ihre geschichten ich mag ihre settings sie hat ja auch eine ganz tolle reihe auf der polizeiakademie geschrieben ist momentan so in meinem kopf weil ich total in die serie der rookie versumpft bin und deshalb auch nicht so viel zum lesen kommen weil die serie mich absolut in ihrem bann hat hier in der reihe geht es um weinberge was mich ja auch eine weile lang persönlich betroffen hat und mich die thematik seitdem doch ein bisschen mehr interessiert als vorher ja hier geht es eben um das zweite kind der voss familie um natalie und die schwester von julien ausband 1 und ich kann euch schon mal versprechen dass ich im lesemonat sehr viel von diesem buch schwärmen werde natalie was ist auf dem weinberg aufgewachsen und weiß alles über weinen ihr beruflicher traum ist allerdings eine eigene investmentfirma dafür braucht sie startkapital doch an ihrem treuhandfonds kommt sie dummerweise nur wenn sie verheiratet ist august kates gehört vielleicht ein weinberg aber er versteht nicht das geringste von weinen er hat das land gekauft um den traum seines toten besten freundes zu erfüllen nur schmeckt august 2 einfach nicht und er braucht bestimmt keine nepper valley erbin die ihn beleidigt um das zu erkennen natalie und august können einander nicht ausstehen aber sie können einander helfen wenn sie ein paar monate in einer zweckehe überstehen ohne sich gegenseitig umzubringen oder etwas anderes dummes zu tun wie miteinander im bett zu landen ihr lieben das waren alle bücher die im mai bei mir eingezogen sind ich habe mich halbwegs zurückgehalten wie ihr seht ihr dürft mir jetzt gerne mal in den kommentaren verraten ob ihr eins davon schon gelesen habt oder vielleicht auf eurem sub habt oder auf eurer wunschliste habt oder welche bücher auch generell bei euch einziehen durften das war es jetzt von mir ich wünsche euch doch einen wundervollen tag habt fein und bis zum nächsten mal wieder tschüss